Ein Ford Fiesta steht hier zum Verkauf. Der wendige schwarze Kleinwagen ist dreitürig und bietet Platz für 5 Personen. Der Kleinwagen verfügt über zahlreiche Ausstattungsdetails wie elektrische Fensterheber, Start-Top-Automatik, Freisprecheinrichtung, Tagfahrlicht, Bluetooth und vieles mehr. Das Schaltgetriebe des Benziners überträgt eine Leistung von 101 PS. Der angegebene Verbrauch liegt bei 4,3 Litern pro 100 Kilometer. Der Online-Preis des Wagens beläuft sich auf 16.439 Euro. Kontaktieren Sie uns. Wir beantworten gerne Ihre Fragen. Autohausködler. Ständig 1000 Ford auf Lager. Größte Auswahl. Bester Preis. Untertitelung des ZDF, 2020